Moin Leute und Willkommen zurück zu einem neuen geilen Game. Ich hab mal was längeres rausgesucht. The Query heißt das Game. Ich hoffe es ist nice. Der Trailer sah nice aus. Ich hab eine neue Cam. Die lag nicht mehr so krass. Komm rein. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke das weißt du. Ähm. Nein. Weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst. Doch. Das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... Lost. Das ist diskutabel. Hm? What? Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Query begegnen. Ähm was? Was du hier siehst, sind Quicktime Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf. Denn Hackett's Query kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst. Aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Mach ich. Cooles Intro. Was ist für ne Taste? War wohl nicht, Schatz. Wenigstens hab ich nicht das Schlagloch erwischt. Okay, erstes Quicktime verkackt. Vielleicht hat das Schlagloch ja uns erwischt. Könnte doch sein. Wow, das ist ja Olympia-reifes Torpfosten versetzt. Danke. Echt imponierend. Danke. Lass dich trotzdem verfahren. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Kolumbus nicht Lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre... Lost als Lost wäre ihm das ähnlich. Goodbye Hot Dogs. Bis später Apfeltorte. Kolumbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nachdem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach da raus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird, bitte. Ich bin dabei, ich bin dabei. Äh, was? Scheiße, mein Angie ist im Weg. Karte nehmen, jo. Ach, voila. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Kein Signal, aber man kennt's. Ich glaub, die ist in Deutschland unterwegs. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich seh auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Der sollte mal auf die Straße gucken, Alter. Hey, Augen auf die Straße! Nice. Was ist das für eine Taste, Leute? Achso, das ist die Maus. Okay. Was ist das für eine alte Frau, der eben auf dem Rücksitz ist? Hast du das gesehen? Das ist nur eine Hexe. Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Oh, der Gott. Was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Boah, das Spiel fängt an wie so ein richtig alter Ami-Horror-Film. Richtig billig. Keine Ahnung. Ich... Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht... Keine Ahnung. Jetzt geht er raus suchen und kommt nie wieder. Ja. Mal gucken. Da haben wir sowas, passiert doch gleich. Er wird jetzt wahrscheinlich umgebracht oder so. Ich kann das total im Eimer. Wann sieht er das? Er hat nicht mal reingeguckt. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Äh, ich seh mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Jetzt stirbt er. Jetzt, wenn sie ihr nichts sehen können. Okay. Oder auch nicht. Er wird sterben. Beweg dich, wie auch ist die... Uff. Okay. Was ist hier? Es ist nicht zu recht. Meine Mann killt mich. Okay, dann gehen wir mal nach hinten. Ich hab nicht erwartet, dass es so aufgebaut ist, die Steuerung. Aber gut. Aber den Kopfhörer ein bisschen Werkzeug holen. Tutorial vorgestellt. Das krieg ich auch ohnehin. Glaub ich. Äh, herumschnüffeln. Jo. Was ist das? Äh, was? Blablabla. Achso, er wurde abgelehnt. Tja, Tadeus. Pech gehabt. Warum hat er das dabei? Ich war nicht in den Urlaub und er hatte mir so einen Brief dabei, dass er nie abgelehnt wurde. Ja, jetzt nicht das Erste, was ich einfacke. Aber gut. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Äh, ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizfeldes vor. Der sollte mal das Licht ausmachen, sonst ist seine Batterie sehr schwer. Ich war alles besser als hier. Die sparen die nirgendwo hin. Okay, hier war grad irgendwas, ne? Mal gucken gehen, oder sterben wir dann? Ich weiß nicht wie das ist, also es gibt mehrere Enten und ich glaub Charaktere können dann auch mal hops gehen. Aus Versehen so. Ich glaub da muss man ein bisschen aufpassen und, äh, abwägen wen man jetzt opfern könnt, äh. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Mal gucken. Halt! Warte ne Sekunde, okay? Bin fast fertig. Äh. Ne. Ich frag mal lieber. Mein Gott Max, beeil dich! Macht ja keiner einfach so in den dunklen Wald zu rennen, wenn er da was sieht. Was ist denn los? Das ist ja du. Ich hab Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt. Ich weiß nicht. Ich dachte wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich, ich hab was gehört, okay? Klang wie ne Frau. Haben wir sie angefangen? Boah, die sieht aus wie so ein leuchtiger Dulli. Ich geh da unten nachsehen. Okay? Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Hm? Why? Steigt ins Auto und fahrt nach Hause. Leute. Okay. Haben wir's gut gemacht. Die Grafik gefällt mir. Sieht gut aus. Beweg dich. Wo soll man denn hingehen? Okay. Alles eingegrenzt. Also müssen wir da unten gehen. Alright. Ist cool. Ich kann die Taschen überlegen, so. Da ist aber irgendwas. Vermisstenzettel mitten im Nichts, oder was? Nee. Werbung. Werbung mitten im Nichts. Das ist natürlich noch besser. Errungenschaft freigeschaltet. Was ist das? Ja. Toll. Kann ich da nochmal hingehen? Da stand doch irgendwas. Ah, da kann ich Text einblenden. Dann. Äh. Jetzt Karten kaufen. Blablabla. Okay. Ist halt echt Werbung. Mitten im Wald. Die sind bestimmt pleite gegangen. Und was ist hier? Warum kommt er eigentlich nicht mit? Oh Gott. Okay. Filmsequenz. Das war eine kurze Sequenz. Oh lol. Umdrehen. Ne, okay. Ignorieren wir das mal. Da war nichts. Nach rechts. Ne, ich glaub ich kann nicht nicht lang. Nö. Kann ich rennen? Nö. Kann ich auch nicht. Ich hab nicht erwartet, dass das Spiel so startet. Aber die Teenies gehen ein bisschen tops. Was ist das? Ey, die hat echt Eier, ne? Dass die hier so allein rumrennt. Oh boy, da war jemand. Kommt gleich wieder so ein Quicktime Event. Muss ja aufpassen, ne? Wo sind sie? Silence. 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 Boah, Alter. Ich hätt mich so eingeschissen. Ganz ehrlich. Oh boy, da. Oh no. Fuck. Oh. 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 Das hat unser Proz und zu aufpassen. Oh. 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 Oh, oh. 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 Okay, ab geht's. Los nach Hause. Scheiß, ob das came. Das war nur eine Trap. So, mach auch nicht es dann. Jetzt geht der Hox. Drei, zwei, eins. Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Matt. Kannst du einfach, ich will uns nur hier rausbringen. Ey, das reicht. Tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay, ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße. Das ist ein Bulle, ne? Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Bestimmt auch eine Trap. Das kenne ich, der Bulle. Fake, alles fake. Hm. Hm. Mhm. 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 Tutorial freigeschaltet. Weg gewählt. Was ist cool? Drück cool. Ausweichen, der Weg schallt, bl 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 bl. Ehrlich, ja. Sagen wir mal ehrlich, ne? Haben nix gemacht. Wir, äh, irgendwas ist uns vor's Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Ja, etwas passiert im Wald. Äh, ja komm, ein Tier. Ich sag mal nicht, dass das ein Mensch war. Kommt nicht gut. Ja, ja, ähm, es war, äh, irgendein Tier. Es war so fix und... Mhm. Oh boy. Vermutlich war's ein Reh. Weg gewählt. Sir? Der Kopf wird um sich. Motor laufen lassen. Ja, komm, Alter, der hat da Blut irgendwo. Der hat doch scheiße am Stecken. Ist der Kerl nicht der gruseligste Kopf? Ich weiß nicht, das ist mein erster Kopf. Was, jetzt echt? Äh, ja, ich bin nicht kriminell. Ja, schon. Voll der Cracky. Hm. Okay, er hilft uns. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, ja, dass das so ein hebelig Kopf ist, der uns jetzt... ...wann ausreitet oder sowas. Und jetzt verraten sie mir. Was zur Hölle. Sie zwei. Allein hier draußen. Um die Uhrzeit tun. Wir fahren zum Camp, ja. Wir fahren zum Hackerts Quarries am Camp. Äh, das gibt's gar nicht. Wir sind neue. Sagt er jetzt. Eine Nacht so früh. Nein, nein, wissen wir. Ähm, aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Shit heavens. In einen Baum gefahren. Nicht gut im Kartenlesen. Sie schaffen das nicht bis nach Hackerts Quarries. Shit. Nicht heute Nacht. Jetzt bräuchte er. Er will uns umbringen. Harbinger Motel. Ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich... 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 Nein, ma'am. Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Äh... Ja. Mach mal lieber mal. Okay. Fein. Ja. Wir fahren zum Harbinger Motel. Verstanden. Boah, die Augen sind aber krass gemacht, ne? Da ist nur ein kleines Problem. Ich hab hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Ähm... Why? Ich zeige Ihnen, dass wir uns verfahren. Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Oh. Geht klar. Sie! Bleiben im Wagen. Schon okay. Schon okay. Kein Ding. Okay? Ja. Ist nicht auffällig oder so. Müsste so ein Motel da nicht eigentlich eingezeichnet sein? Also... Wir... Na gut. Oh ja. Geil. Wolle ich keinen Stift haben? Wir sind ungefähr hier. Harbinger Motel... ...ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Er weiß es nicht. Ich... Bin sicher, das Personal... ...im Harbinger Motel zeigt es Ihnen. Safe. Gleich am Morgen. Ist das ein Problem? Halten Sie mal still. Ah, jetzt wird er ein bisschen sauber gemacht, ne? Was soll denn das? Der ist echt creepy. Halt... ...still. Zurückweichen, ja. Normal. Entschuldigung. Ma'am. Ich komme schon allein klar. Alles okay? Ja, bestens. Sie können wieder einsteigen, ma'am. Ich hoffe, ich wollte Ihnen das Blut noch zeigen. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. I get it. Ich hab Angst, dass ich meinen Ehren schon umgeht. Ich hab keinen Platz in den Raum zu stellen. Summe Scheiß. Arbinger Motel. Nicht abbiegen. We got it. Schlaglöchern ausweichen. Normal. Eine gute Nacht. Sia. Jetzt fahrt. Tschüss. Die hat's aber auch nicht eilig, ne? Wieso sitzt der Kerl noch da? Der Kerl war unheimlich. Jo. Aufschrieben. Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Natürlich müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, er ist... Ah, sie haben's gesehen, okay. War ja auch schwer zu übersehen, weil ihn immer so... Guck mal da. ...kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum fahren die nicht, ey? Okay. Okay. Wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja. Wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Jetzt kommt irgendwas. Safe. Was ist da? Was ist da? Hackett's Quarry? Woher weißt du das? Der Kopf. Ich hab ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Nein, das klingt schrecklich. Also verschwinden wir. Was hab ich gehofft? Ma'am. Das ist so ein Ding in Amerika. Die müssen die sich nicht anstellen. Wenn er dieses Ma'am noch einmal gedacht hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft. Ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah. 20 ist... ...diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Es endet hier. So. Ich hab jetzt nicht gecheckt, weil die jetzt weiß, wo die Anlage ist. Ob der das irgendwie so angedeutet hat mit dem Bleistift, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber sie haben es gefunden. Nice, sie sind lebend angekommen und beide. Das war schon mal gut. Wie geil's? Das glaub ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier war. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das, das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Na, das war schon ein bisschen dumm, also... Ich mein, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur ne verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Ach, wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin ja im Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Oh, der ist angepisst. So, komm mal, was ist denn hier oben? Sieht auf jeden Fall cool aus, die Hütte. Das ist schon eine Dämmerung. Also, war es grad Tag? Ziemlich hell da hinten. Keine Ahnung. Also es wäre besser, wenn ihr hier seid, wenn es nicht stark duster in der Nacht ist. Guckt gleich diese komische Hexe wieder. Läuft er jetzt einfach weg, oder was? Wait a minute. Oh krass, die Tür da unten sieht creepy aus. Was ist hier? Da kann ich auch was machen. Oh Gott, die Steuerung. Gewöhnungsbedürftig. Okay, ne Map glaube ich, ja. Tree Wall, Tree House. Jetty. Boathouse. Krass, große Anlage. Was nicht töten Sie, macht Sie stärker. Okay. Was sich nicht töte, wird sich nächstes Mal stärker. Okay. Ähm, ich würde jetzt gehen dahin gehen. Dahin. Aber ich gehe mal zum Auto. Ich weiß nicht, warum der den Motor gemacht hat, aber... Okay, kann ich nichts machen. Aber an der anderen Seite. Jetzt kriegt er eine Ansage. Ah, wir haben ein bisschen Mucke. Hey, fahren wir los? Ja, okay. Ich gehe da jetzt mal nachgucken. Weil das da sieht ein Land aus. Achso, ne Kellertwister ist das. Okay. Dunder ist doch nicht ein Land. Ich will wieder weg. Kellert ist nie gut. Boah. Die Augen sind echt gut gemacht. Hey, ist alles okay? Bin gleich zurück. Ich hole kurz Hilfe. Was war denn da jetzt? Also er war ein Typ, ja. Max, komm mal her. Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Äh, keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da, da drin ist jemand. Ist wirklich ne Dooley. Ich seh niemanden. Ich seh niemanden. Das ist Schlitz. Mach ich doch. Wirklich. Lass mal sehen. Das wär mies. Gotcha. Da war definitiv jemand drin. Okay. Okay, dann... Brechen wir da jetzt ein? Äh... I don't know. Hammer. Hammer. Hammer Zeit. Ganz sicher? Das wäre super laut. Ja, und nun mal. Da wird Hilfe... Ja, hä? Was? Ja, okay. Wechseln wir halt. Ja, okay. Ich wechsle. Wie geht das jetzt mit dem Schraubenschlüssel? I don't know. Wollt ich... Okay. Ah, okay. Ja, gut. Da hab ich nicht gedacht. Einfach aufschlagen. Okay, das war glaub ich besser. Soll ich helfen? Ja. Schön Stealth. Jo, da geh mal rein, ne? Eingebrochen. Jetzt werden wir gleich von Besitzern niedergeballert. Ist ja Amerika. Normal. Du kennst Evil Dead, oder? Ja, kenn ich. Der Keller sah anders aus. Hallo? Sind sie hier? Existieren sie? Hey. Pass bloß auf. Ne, ich pass nicht auf. So, Leute. Aber was im Keller passiert, sieht in der nächsten Folge von Dayquery. Mit den zwei Doodys, die es immer noch überlebt haben. Unser Riesen. es mit dem Geben sehen. varios. Einen naden vor. Letfeier. Die Hammerschöden. Wie gesagt.